Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Let's Play von Satellite Rain Part 61. Beim letzten Mal, da waren wir ja im Gefängnis sozusagen, aber nur auf einen kleinen Abstecher, im Gefängnis Metacortex, kontrolliert von der Uzi-Corp. Und eigentlich wollten wir zunächst auch in den Todestrakt vordringen, um einen Forscher zu befreien, der wirklich wohl relativ eine Koryphäe sein soll, auf jeden Fall. Und ja, aber zuvor sind wir noch auf eine andere Einrichtung gestoßen, nämlich, wo ist sie denn? Hier, diese, was war das überhaupt? Administration, genau. Und ja, die lag quasi auf dem Weg und war relativ leicht zu erreichen und deswegen dachte ich mir, hm, dringst du da einfach mal kurze Hand ein? Wer weiß, was wir da bekommen. Und wir haben auch direkt zwei Prototypen erhalten, einmal den Teilchenbeschleuniger und eine Laserminigun. Ja, und den Teilchenbeschleuniger, ja, damit können wir unsere Waffen ausrüsten, die dadurch ein bisschen effizienter werden. Klingt auf jeden Fall cool, werde ich irgendwann auch mal ausprobieren. Vielleicht auch relativ zeitnah, denn so wirklich viel ist in dem Spiel nicht mehr zu erledigen. Also wir sind hier quasi schon in, oder befinden uns in den letzten Zügen von Satellite Rain. Aber dafür sind die, äh, Einrichtungen hier relativ groß. Moment, da sollte ich jetzt mal weggehen. Ah ja, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Nein. Aber diesmal werde ich in den Todestrakt vordringen, ne, das ist versprochen. Kannst du nicht schießen, ne, so ist es nicht. Sie steht da wie angewurzelt. Ja, jetzt bitte nicht mit dem Raketenwerfer ballern. Das wäre Munitionsverschwendung. Oh nein. Oh, da kommt schon ein... ein Commander. Ja, komm, mach ihn erstmal nicht aus hier. Äh. Nein, noch nicht so. So war das nicht gemeint. Kann ich das hier nicht machen? Stehe ich jetzt gerade nicht. Na, jetzt klappst du. Nein, lass ihn dann nehmen. Oh Mann. Ah. Jetzt ist die gesamte Panzerung weg. Tja, Leute, dann werde ich einfach mal den nächsten Relay Beacon aufsuchen. Kann ich ja gar nicht, weil ich noch... Weil die Gegner noch alarmiert wurden. Naja. Egal, dann gehe ich jetzt einfach mal hin. Tja, das war ein kurzer Ausflug. Aber was soll's. Oh nein, die Ofenschuh-Verstärkung. Ah, obwohl, den können wir gar nicht gebrauchen, hier. Oh, schicken wir ihn direkt nach Hause. Was soll's. Na nur, wurde gar kein Alarm gegeben oder so? Ah, nur sicher jetzt anstammen. Jo. Da kommt die Verstärkung. Oh nein. Naja. Trainieren wir mal ein bisschen unsere Fähigkeiten, ne? Dafür eignet sich so ein kleines Internet so hier immer ganz gut. Wunderbar. Bums. Prima. Und Muni haben wir sowieso jetzt genug. Perfekt. Oh, ich werde trotzdem nochmal speichern hier. An dem Relay Beacon. Sicher ist sicher. So. Das heißt, wenn unser Fahndungs-Level denn wieder gesunken ist. Ja, ist es. Dann wird er jetzt automatisch speichern, ne? Nicht wahr? Macht er nicht? Gut. Dann machen wir es halt. Ja. Okay. Aber ich werde erstmal die Panzerung aufladen lassen in Ruhe. Das könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Ich meine, immerhin sind wir jetzt an einem Relay Beacon. Aber vielleicht können wir das ja ein bisschen beschleunigen, Leute. Indem ich einfach mal woanders hingehe. So. Zack. Und wieder zurück. Ne. Ich warte, jetzt ist es aufgeladen. Ja. Nein. Doch nicht. Nein. Nein. Hä? Hä? Warum ist denn der jetzt alarmiert? Verstehe ich jetzt nicht. Nicht wegen uns, oder? Nein. Also wir haben zumindest keinen Fahndungs-Level. Jo, das dauert ja ewig, bis die Panzerung geladen ist. Ich glaube, das werde ich schneiden. Also bis gleich, Leute. Okay, Leute. Da sind wir wieder. Und jetzt kann es losgehen. Endgültig hoffe ich doch mal. in den Todestrakt. So. Eine Tür haben wir nicht mehr, die uns hier irgendwie hinderlich sein könnte. Also insofern kommen wir hier relativ unbehelligt rein. Ich hoffe mal, das bleibt auch so, weil allzu viel Aufsehen möchte ich natürlich im Gefängnis nicht auslösen. Ja, weiß ich jetzt nicht, warum wir jetzt gegen eine Mauer latschen. Auf jeden Fall, äh, versagt die KI mal, warte mal wieder so ein bisschen. So, na denn. Warum gehen jetzt einige wieder zurück? Verstehe ich jetzt nicht. Wo wollen die jetzt lang? Nein. Nein, 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 Leute. Hört mal auf mein Kommando, nur mal so zur Abwechslung. Okay, und wie spinnen die hier? Die haben gerade ein mächtiges Problem. Die Tür zu finden. Hören immer dagegen. So, haben wir es denn jetzt? Na, das sieht doch schon mal gut aus. Mein Gott, ist das ein Riesenknast. Wenn man sich das mal so anguckt hier, erstreckt sich wahrscheinlich auch über mehrere Ebenen, mehrere Etagen. So, ist da jemand? Oh ja, da ist einiges los. Na, und die Kameras sind leider auch wieder aktiv. Die hatten wir ja beim letzten Mal ausgestellt, so schön. Zum Glück wissen wir diesmal, äh, wo wir das bewerkstelligen können. Und hier, glaube ich, konnte ich die Tür kurz schließen, ja, diese hier. Aber dazu müsste ich erstmal warten, bis die sich wieder in den anderen Bereich begeben, die Einheiten hier. Oh nein, das sind echt viele. Zwar keine Starken, aber wenn die erstmal Hilfe rufen, na, dann haben wir irgendwann eine halbe Armee am Hals hier. So, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen verstecken. Irgendwie kann ich das grad nicht. Na, lauft mal. Bitte nach rechts. Ja. Oh, sie hören auf mein Kommando, super. Danach werde ich mal versuchen, die Tür kurz zu schließen. Na, macht mal los. Zack, zack. Ach nee, ich glaube, das Teil wird dadurch kurz geschlossen. Stimmt, das Geschütz, so war das. Tja, naja, schließe ich halt das Geschütz kurz. Okay. Kann ja auch nicht schaden erstmal. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier vom Rennen, die auf einmal, die nehmen auf einmal Geschwindigkeit auf. Haben die mich hier irgendwie bemerkt? Ne, die haben nur gemerkt, Jammer. Ach, die merken das, wenn das Geschütz deaktiviert wurde? Ich meine, ist ja irgendwie logisch, aber zumindest nicht in dem Spiel, also so unbedingt. Naja. So, jetzt kommt mal. Ein bisschen schneller, bitte. Und runter. Sehr gut. Oh nein. Ich wollte doch noch nachsehen, ob da jemand steht. Aber egal, wird halt assimiliert. Kein Problem. Super, okay. Ne, ich hab dich doch mit ausgewählt. Schön. Dann kommen wir wenigstens in alle Türen, oder durch alle Türen. Wenn wir jemanden von der Usi-Corp dabei haben, ist mit dem Hacker, der tanzt sich aus der Reihe. So, wunderbar. Jetzt sind auch wieder sämtliche Kameras deaktiviert. Oh, oh, oh. Ah, jetzt halten die sich hier auf. Oh, schade. Ich muss ja da lang. Obwohl, wir können auch da durch. Und dann kommen wir da raus. Hey, das wäre vielleicht die Lösung, ne? Ich muss erst mal... Oh, ne, jetzt gehen sie da lang. Jetzt haben sie sich das doch nochmal anders überlegt. Dann laufe ich halt hier lang. Aber vor den Drohnen muss ich mich in Acht nehmen. Die sind zwar relativ schnell kaputt, aber... die können dafür über sehr weite Strecken sehen. Also, die können ein ganzes Gebiet überblicken hier. Sofern sie denn in meine Richtung ausgerichtet sind. Aha, sehr schön. Hat geklappt. Hier kann ich leider nicht speichern, auch wenn ich das gerne wollte. Ach, da ist ja wieder dieser... Hm, also hier können wir keinen Gegner hijacken, weil da wieder so ein tolles Maschinchen ist. Ach, ne. Hm, das ist blöd. Ist da auch einer von diesen mobilen Typen dabei? Oh, ne. Ist nur dieses Teil. Ach, das würde ich schon gerne lahmlegen. Hier haben wir noch eine Kamera, die wir ausschalten können. Hier kommen wir auch schnell wieder raus, denn... wenn die Kacke denn am Dampfen ist hier. Das ist ein Rolltor auf jeden Fall. Die haben mich da oben gesehen, okay. Wie auch immer das möglich ist. Oder möglich sein kann. Moment, können wir hier hoch? Ist natürlich geil. Hey, haben wir ja auch noch einige Bereiche, die wir abgrasen können hier. Mehr sogar. Na, es ist direkt das Rolltor aufgegangen. Jetzt suchen sie erst mal nach mir, aber raus und erst mal. Vielleicht will ich sein. Was ist denn hier der Todestraktor? Der ist natürlich da. Ah, da steht es ja auch dran. Death Row. Hm, Forschung abgeschlossen. Ja, okay. Immerhin. Kommen wir denn von da aus, da runter und dann... Moment. Ja. Ja, ja. Das ist ja richtig wie... Aber da ist denn direkt so eine Kanone. Schade. Ah, egal. Komm. Kommt durch. Wunderbar. Das klappt doch hier wie am Schnürchen. Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser hier aus mittlerweile. Ach, da müssen wir auch hin. Was ist denn da eigentlich? Einen Datenspeicher. Ja, den können wir scannen. Da sind auch ein paar Einheiten unterwegs. Dann erwarten wir, dass wir ein bisschen weg sind. Kamera ist deaktiviert. Das ist super. Aber die Kanone sieht uns ja trotzdem. Moment. Hier können wir uns auch durchschleichen. Das wäre wahrscheinlich der intelligentere Weg. Aber zurück können wir nicht mehr. Leider. Hm. Das ist doof. Also der Rückweg ist weitaus komplizierter zu bewerkstelligen. Aber was soll's, Leute. Wir müssen es ja wagen. Wir müssen erst mal reinkommen. Hm. Den müssen wir wahrscheinlich auch nach draußen bringen, den Forscher. Richtig. Scheiße. Den Hacker brauche ich sowieso. Ich brauche alle. Kurzum. Ich brauche alle. Hoffentlich kommen wir da ungesehen dran vorbei. An dem Teil. Tarnung wäre hier alles eigentlich. Hm. Probieren wir es mal. Naja. Was soll's. Hm. Was machen wir denn unseren Hacker? Was ist das eigentlich für ein Schloss? Automatikkanone. Ah. Übernehmen. Sehr geil. Haha. Das kommt uns doch hier wie gerufen. Nur kurz. Warum denn nur so kurz? Ach. Das bringt uns natürlich nur bedingt was. Achso. Dann könnten wir die kurz schließen. Und es ist dann keine Gefahr mehr. Bringe Nealbrook. Nealbrook. In Sicherheit. Okay. Ich will es versuchen. Wenn er den erwischt. Wäre cool. Ah ne. Ist schon außer Reichweite denke ich mal. Das ist lange. Festverdreutung nicht möglich erfordert Fertigkeit. Festverdreutung. So den versuche ich mal. Zu übernehmen. Oh grad rechtzeitig. Und die Kanone ist deaktiviert. Na also. Ja. Herrlich. Oh da ist noch einer. Oh ne. Muss der denn jetzt kommen? Wo muss denn der jetzt alarmieren? Aber ich glaube das hat jetzt ein bisschen Krach gemacht. Ja. Aber die können wir auch überzeugen oder? Äh. Hä? Ich habe irgendwas anderes übernommen. Hier war ja noch eine können. Ach so. Festteil hat uns schon mal gesehen. Oh ne. Oh ne. Heck hier. Oh ich versuche mal zu rennen. Na wie gesagt. Ich versuche zu rennen. Hä? Wo war das Teil? Oh scheiße. Oh scheiße. Sieht nicht gut aus. Schnell. Oh nein. Nein nein. Kommt. 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 Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht auf irgendeinen Kampf einlassen hier. So. Kommt man hier nochmal raus? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach da. Na toll. Da steht aber auch alles drin. Ich versuche es einfach. Oh nein. Ne. Ach hier sind wir jetzt rausgekommen. Oh nicht doch. Nicht doch Leute. Ich wollte hier nicht raus. Oh scheiße. Nein. Wohl aufgelangt. Ich muss jetzt mal versuchen hier irgendwie rauszukommen. Ohne dass der Forscher stirbt. So. Da ist eine Kanone. Eieiei. Super. So. Den werde ich jetzt noch versuchen zu übernehmen. Da haben wir zumindest eine kleine Armee zusammen. An dem Forscher geht es noch recht gut. Zumindest augenscheinlich. Die brauchen wir ja auf jeden Fall für den Raketen-Werfer. Sonst geht uns die relativ schnell aus. Oh mein Gott ey. Wie kann man sich nur so vertun. Oh ja. Ist gut. Alles im grünen Bereich. Treffen die mich da oben? Eieiei. Okay. Nein. Woran hat er denn hin? Nein. Moment. Ey. Verdammt noch eins. Diese Steuerung. Pfff. Was sind das Teil eigentlich? Okay. Treffen die uns da oben? Ne ne? Die ballern glaube ich bloß da gegen die Balustrade. Na ne. Ich versuche einfach mal hier bloß zu kommen. Die stehen da nichts an. Ah. Die Schüsse haben sie jetzt alarmiert. Nein. Das wollte ich nicht. Verdammt. Die Mutter hat sich gegen die Kamera ballert. Seid ihr denn des Wahnsinns? Die Tür ist doch verschlossen. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ich kann niemanden anvisieren. Das ist das Problem. Der Winkel ist gerade so ein bisschen bescheiden. Schnell. Das war ein bisschen treffig. Gott. Und. Raus hier. Nichts wie weg. Oh Mann. Super. Kommen die uns? Follen die uns nach? Geschafft Leute. Würde ich mal sagen. Ist gut wie. Also noch sind wir nicht ganz raus. Aber ich glaube hier haben sie es noch nicht spitz bekommen. Dass jemand aus dem Todestraktik geflohen ist. Was ja an sich schon krass ist. Dass hier überhaupt jemand fliegen kann. So. Ah. Die Tür war ja kaputt zum Glück. Wer war das bloß? Wer war das wohl? So. Okay. Schnell weg hier. Oh Gott Leute. Das hat uns ja wieder einiges an Nerven gekostet. Diese Mission. Aber mittlerweile sind wir ja wirklich relativ stark. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Kann jetzt gespeichert werden? Ach. Die müssen wir wieder irgendwo einschleusen. Richtig? Also ist die Mission noch nicht erfüllt. Habe ich so den leisen Verdacht. Hm. Aber bisher kam auch keine weiteren Meldung. Bewohnung geschafft. Teilchen. Beschafft. In der Todeszelle. Das müssen wir aber wahrscheinlich erst mal. Ach da haben wir noch einen Ping irgendwo. Äh. Wo müssen wir da hin mit dem Typen jetzt? Den haben wir doch rausgeholt oder nicht? Rieche ich mich jetzt da? Wer nicht das erste Missverständnis, den wir da erlegen werden? Äh. Hm. Also ich sehe keinen zweiten Ping. Vielleicht bin ich auch gerade wieder. Äh. Äh. Bin ich nicht. Also hier ist. Äh. Hier ist kein Ping. Was muss ich denn jetzt machen mit dem? Das ist er. Bringt ihn in Sicherheit. Jo. Ist er noch nicht in Sicherheit? Er sagt mir nicht, der ist noch drin. Doch. Da ist er doch. Flucht erfolgreich. Hat nur ein bisschen gedauert. Na meine Güte. Was soll's. Mann. Eieiei. Hat der schon Muffen so. Unser kleiner Einstein hat ein Gedächtnis wie ein Computer. Ist aber leider dann doch ein wenig krass drauf. Die schlechte Nachricht ist, dass der Dean mit einem Laserstift abgestochen hat. Die gute Nachricht ist, dass er uns einen kompletten Satz Blaupausen verschafft hat. Dürfte eine interessante Zusammenarbeit werden. Ja. Ich glaube auch. Coole Sache. Schildladegerät beschafft. Vetcop Waffenslot. Cool. Aha. Aha. Das werde ich doch gleich erforschen, Leute. Aber. Vorher möchte ich mich noch von euch verabschieden. Denn diese Mission war aufreibend genug. Und wir sehen uns noch beim nächsten Mal. Und ich denke mal, wir werden noch einige Missionen hier vor uns haben. Zumindest sieht es danach aus. Oh ja. Na ja. Das war ja erstmal die erste der Gefängnismissionen hier. Da gibt es dann noch zwei. Und die sind dann noch durch Unterpunkte irgendwie. Ja. Untergliedert auf jeden Fall. Na ja. Egal. Also dann, Leute. Bye bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Und bleibt mir gewogen. Bis dann. Euer Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.